moin moin tag servus und grüße meine lieben nemos und willkommen zurück zu einer weiteren folge von saints through the third mit unserem matrix weißen raster bruder auch bekannt als nobody für nobody zockt guten tag mit meiner penthouse suite mit penthouse models und bikermodels und hast du nicht gesehen wie viel kohle haben wir denn? bargeld ok wir müssen unbedingt mehr geschäfte kaufen ich glaube das sollten wir als zielsetzung dieser folge machen was meint ihr ach ne stimmt ist ja tabulator karte so wir sind hier 10.000 habe ich nicht ich glaube wir machen mal eine kleine runde komm holen wir mal das gefährt i'm loving it also so ein teil in echt yippie aje sag ich mal huuuu Rusty Needles. Ah, die haben eine richtig, richtig geniale Musik. Ich bin nach Jahren darauf gestoßen. Aber die Sache ist, die kann ich das kaufen. Ja, 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 Rusty Needles. Rusty Needles, was macht? Ja, 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 ja. Absteigen, absteigen. Was kostest du? 5000. Äh. Äh. Deprimierend. Gut, schauen wir uns mal weiter um. Ja, ich brauch definitiv mehr Kohle. Boah, da fehlt ja fast ein... Setzen wir mal da den Kurs. Ach, ihr Lieben. Bei diesem Spiel ertappe ich mich auch, dass ich ab und zu mal ruhig bin. Okay, wenn man ein Let's Play macht, ist es halt nicht sehr vorteilhaft. Aber trotzdem, ich glaube, ihr versteht auch, weshalb. Ich mag das Spiel einfach. Ich bin am überlegen, ja, was kann ich noch machen? Wo gehe ich hin? Und, 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 und. Am steigen. Weil das ist noch Planet Saints, der gehört doch mir, äh. Schon ein bisschen deprimierend. Planet Saints. Ah. Gut, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Kohle machen gehen. Nur ein paar Bugs. Irgendwann muss noch ein paar Bugs dann gleich rum. Come on. Hallo. Wie sind die Leute? Geld, Geld. Friendly, friendly. Da liegt man hier rum. Meine, 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 meine. Ah, nicht, meine, meine. Ist das Money? Nein, das ist kein Money. Hallo? Hallo? Nein. No. Let's get it out. We killed. Nein, das war eine schlechte Idee. Yeah, yeah, fuck you. BAM! Überall ich kann. Ey komm jetzt ohne Flachs. Ich bringe Kohle! Ich bringe Kohle her. Boah ich bringe heute zwei. Oh weia. Ja das wird jetzt lustiger als gedacht. Warte mal ich hab noch glaube ich was. Du hast natürlich kein Geld dabei. Genau. Oh noch was. Du hast doch was dabei. Ich hab Geld. Hiii. Ich brauche Hilfe. Ehh. Bloody Gornsch. Ok ok. Kann ich euch abhängen? Was ist das? Was ist das? Oh äh ok. Tja. Ja und die sind da. Klar. Das gehört nicht mir. Das gehört... Warum machst du inhalierende Geräusche? Ich glaube mir jetzt nicht. Hans für mich. Ich will hier kaufen. So. Ich will hier kaufen. So. Blatt erzählen. Gehört mir. 500 pro Stunde. Hier Pi. Lalalalalala. Hier ist ein Pier. Warte mal. Wo war der Pier? Hier. Oh Gott. Ich hab Schiffe holen. Nur brauchen wir die eigentlich relativ. Nur wenig. Angst. Oh. 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 Ich weiß nicht ob welche. Welche Akku. Aua. Aua. Ok ich versuche mich jetzt mal zu verdammensieren. Ah. Was nicht so einfach ist. Besonders wenn man mit einer Taschenlampe hier rumläuft. Ah. Oh. Inno Inno. Ich bin Inno. Oh. Buh. Wieviel kostet. Ah. Hier ist. Ja. Davon gesprochen. Hier ist es. Aber. Auch wenn ich es nicht kaufen kann. Kann ich denn noch was damit machen. Tschüss. Ich bin nochmal weg. Keine Lust jetzt. Yippie. Oh. Krass. Ach. So können wir uns auch mal die Stadt angucken. Wasser aus. Auch wenn es kleiner ist. Ich finde es lebendiger als wie Los Santos. Das geht ja. Ja gut. Es sind unterschiedliche Geschmäcker. Eine sagt so oder eine so. So. Ich hoffe naaa. Ich bin hier in Ruhe. Ich bin friendly friendly. Toll. Gut gemacht. Tschüss. Gut. Ähm. Suchen wir uns nochmal ein Plätzchen. Ich würde gerne da hin. Dann hab ich mehr Ruhe. Das ist aber nicht höflich. Ich bin sehr stolz. Aber guck mich mal. gut. Wir müssen oben bedingt viel viel mehr Kohle machen. Und rein. Tschüss. Auf zum Penthouse. Da hab ich normalerweise meine Ruhe. So. Also. Auf jeden Fall müssen wir viel mehr Kohle machen. Denn. Ähm. Wir haben noch einiges Teures vor uns. Ja. Ich weiß. Also. Wir müssen noch mindestens. Danach zwei weitere. Vier bis fünfhundert Dollar. Äh. Immobilien. Kaufen. Immobilien die uns das bescheren. Nein. 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 Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Übernehmen. Übernehmen. Okay. Ich weiß schon warum ich einfach durch die Fenster schieße. So. Ich glaube das wird sich beruhigt mit der Polizei. Ich will mal Just Lafani. Das ist krankes Ding. Ich bin sprachlos. Gut. Machen wir mal was anderes. Äh. Aufträge. Hm. Werde ich das? Ich glaube das ist der Auftrag wo so nervig ist. Okay. Hey. I think I'm ready to make a move on the Syndicate. What do you have in mind? Head to the Krim. I found something you should see. Better be worth my time. I think it's a safe bed. It'll be worth it. Was? Was denn das? Oh ja ich glaube das ist die Mission. Check it out Boss. What's up? Since this used to be a Syndicate Crib. But I poke around and see what they left behind. Okay. So what am I looking at? Safety deposit keys. Don't you want to know what it is they all got locked up? The Syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. I guess then you better watch my bag. Alright let's go. Ja das ist die Mission. Ich glaube das ist die Mission die ich am meisten in dem Spiel has. What do we do now? I'm gonna go in, open the safety deposit boxes, get the shit and then come out. Without any bloodshed? Fuck no. Will you have me worried for a second? Just be ready when I come out. Hey, don't take too long. Alright, I'm coming out now. Keep my ass covered till I can find somewhere to hide. So you get what you needed? Hell yeah. Shoot them already? Need to be back in action. It's possible. Damn you guys don't give up. You're still shooting. Shoot them already? Shoot them already! What's this one? It's not this one. Was this one? What the fuck? How much is this? Das ist der Idiot-Tranker! Der Idiot-Tranker ist. Da ist der Idiot-Tranker! Ich hab das ein. Das war's. Das ist ein. Das ist ein. Die Zungen sind richtig lustig, ich bin mal gespannt wann wir die machen können. Ich werde noch nichts verraten, nur das ist lustig. Oh, ich sehe nichts. Absolut ein neues Kursativ. Oh, boah. Stinkt, aber ja was. Ja. Das war nicht so, Fluch. Das war nicht so, Fluch. Oh, überlaufen gewahren. Das hat dem sehr viel Leben gekostet. Krass. Oh... Nicht wieder über den Haufen fahren, ich bin auch bereit. Okay, ja, fahrt euch selber über den Haufen. Ist er tot? Gut, die haben mich jetzt echt abgelenkt. Ach, geschafft. Ja, das war alles kult. Eigentlich ja, aber. Gut, gut. Ne, ich hab jetzt keine Lust noch weiter. Oh, wie... Ah, hallo. Guten Tag. Okay, ruf an. Oh, Helmo! Hallo! Oh, Helmo! Hallo! Oh, Helmo! Und da! Oh, wie, das kann ich nicht mehr loswerden? Oh, das habe ich nicht mehr. Oh, Woh! Das Fucht ist gemacht hier! Ich denke, du bist du hier. Du bist hier! Tschüss! Freude auf. Ach, Menno. Komm, ich will da hoch annehmen. Jetzt, ich hab's geschafft. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn da alles? Bandoperation. Ja. Hm. Da hätt ich das Geld ... Jetzt guck mal, wie viel kostest du 6000, naa. Oh, wie brutal. Genau. We're gonna kill ... yourself. Hat das Ding Power, nochmal. Ist das das Porno einer Hayabusa oder was? Oh oh. 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 Okay, also ... Scheibenkleister. Ihr seid aber fies zu mir. Okay, du hast mir mein Moped geschrottet. In die Nüsse. Alle aus dem Weg. Ich bin Poop. Ich bin Poop. Blizist. Geil. Rampage. Richtiges Rampage. Ach, da ist die Moped. Ach, da ist die ja schon. Hallo. 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 Guten Tag, ich will investieren. Phil, hör ab. Supertoyshop. Yeah. Wo kann ich investieren? Ich würde gerne investieren. Ach, da. Ich seh's jetzt. Hallo, das ist mein Investment. Bitte nicht beschießen. Oh, da geht's runter. Oh. 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 Nicht so lukrativ. Jo, komm da runter. Hallo. Gut. Diese Flaniermeile gehört jetzt uns. Das ist ne Lüge. Hier kann ich nicht rein. Sorry. Ja. In die Nüsse tut immer weh. Hey, Phil Boss. How's the game these days? Bill wollte Dude. Bye away. Beautiful. Halssake. Schön verstecken, dass man uns nicht findet. Kommen die jetzt tatsächlich hier hin? Sind die so clever und sehen mich hier hinter? Oh, krass. Die sehen mich tatsächlich. Ja, ihr Lieben. Es ist ein bisschen... Hm. Steuerung. Gucken wir mal kurz. Steuerung. Das ist eine Mittelgung. Generell. Y-9 genau. Hm. Hm. Gibt's da noch irgendwas? Mutig verstecken wir uns hier. Aber sie versuchen's. Sie versuchen's. Okay, probieren wir's mal so. Äh. P-p-p-p. Telefon. Und da ist er. Ich verfolge die ganze Zeit jetzt die Minimap. Und? Oh, ähm. Oh, ähm. Was hast du mit dem geilen Auto gemacht? Oh, ähm. Oh, oh, oh. Der Sklaventreiber, der Sklaventreiber. Ihr Lieben, tut mir leid. Wir hatten ein bisschen Spaß hier mit der Torch. Oh, hat das Ding Nitro. Oh, das hat Nitro, glaub ich, also Nox. Ich muss aufpassen. Ach, ne, ist nicht am Explo... Okay, gut. Ich hab nix gesagt. Gut, ja, der Sklaventreiber blinkt hier noch immer wütend rum. Ich hab ihn jetzt grad noch mal ausgeschaltet. Ihr Lieben, ähm. Wir waren dabei, uns ein bisschen Immobilien zu sichern. Und dass wir auch ein bisschen mehr Kohle bekommen. Hm. Weil ohne macht's nicht so viel Sinn. Denn wir sehen könnt, ohne Mo ist nix los. Ich brauch dringend mehr. Verbesserung. Ja. Das ist es halt. Wir haben so viele Sachen, in welche wir investieren können. Sei es die Kleidung, was jetzt beiläufig ist, finde ich. Ich hab jetzt schon mal Sachen, was mir so gefällt. Waffen, Emission, die Fahrzeuge, das Tuning von verschiedenen Fahrzeugen. Dann noch die Immobilien, die wir haben können oder haben werden. Werdet ihr schon sehen. Und ja. Ich würd sagen, wir sind am Ende einer Folge angekommen. Ja. Doch, komm. Machen wir nicht extra lang. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Mit einem Daumen nach oben. Sowie mit einem Abo. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, her damit. Wenn ihr euch gut mit Grafiken auskennt, ja, selber richtig zaubern könnt, meldet euch. Denn, wie schon im letzten Video gesagt, falls jemand, ja, für meinen Kanal etwas machen würde, würde es mich sehr freuen. Wie gesagt, unentgeltlich, denn ich verdiene nichts mit YouTube. Gute Lieben, ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Norbert.